Hallöchen Leute und da bin ich wieder euer Corny von Panikou Centurio mit einer weiteren Aufnahme von Company Heroes 2. Wir sind bei Etappe 13. Halbe. Anfang auf Hauptmann. April 1945. Halbe in Deutschland. Sowjetstreitkräfte hatten bis zum Frühling 1945 Territorien in Österreich und Deutschland gesichert. Schon bald sollten sie ein vernichtendes Artillerie-Sperrfeuer aus Berlin richten und ihren letzten Sturm auf die deutschen Staaten. Als sie soviel sich der deutschen Hauptstadt näherten, zeigten sie den verbleibenden Verteidiger und der Wehrmacht keine Gnade. Die Rote Armee hinterließ deutsche Dörfer und Städte verwüstet und verteidigungslos. Anstatt nach Berlin zu eilen, bei Halbe erlebte Isakowitsch das unnötige Abschlachten einer gebrochenen deutschen Streitmacht, die sich lediglich einem gnadenvollen Feind ergeben wollten, den USA. Ein deutscher General würde friedlich seine Hose ausziehen und zu Bett gehen, nachdem er auf der Karte verzeichnet hat, dass der Feind sich 60 Kilometer entfernt auffällt. Und wir würden diesen General um Mitternacht angreifen. Major Babacian vom 395. Schützenregiment. Schieben. Was geht's? Feuer reinstellen! Feuer reinstellen! Da können wir den Deutschen gleich sagen, dass wir hier sind. Wir können sie nicht weiter durch den Wald jagen. Wir müssen die Taktik ändern. April 1945 Wir werden sie abschneiden und das verhindern. Zuerst sichern Sie die Straße nach Halbe. Sobald Sie die Versorgungslinie aufgebaut haben, rücken Sie durch den Wald vor und kreisen Sie die Stadt ein. Die Deutschen haben sich dort verschanzt und warten auf eine Chance auszubrechen. Wir lassen Sie nicht entkommen, Genossen. Denken Sie daran, was Sie unserer Heimat angetan haben. Unserem Volk. Wir werden keine Gnade zeigen. Ok. Vor uns liegt eine starke deutsche Verteidigungsstellung. Sie müssen das Territorium sichern, bevor unsere Streitkräfte vorstoßen können. Gut. Diese Panzerabwehrkanonen reißen unsere Panzer in Stücke. Erledigen Sie sie. Dann kann ich gepanzerte Verstärkung schicken. Leute, dann wollen wir doch mal hier oben gucken. Wir haben eine PAK-40, wir haben ein 88mm, wir haben Raketenwerfer dort oben. Die schicken wir mal dorthin und dann gucken wir mal weiter. So, jetzt ist das. Jetzt ist das. Quatsch. Ach. Na los, komm. So, die sind alle noch vollzählig. Ja, sehr gut. Ein schweres MG haben wir noch irgendwo. So, wo ist mein Mörser, da? Mörser führt Stellungswechsel aus. Lasst uns den Mörser dahinter. Die Frontowiki-Trupps sind eingetroffen. Der Frontowiki-Trupp, den schicken wir gleich mal hier zu der, zum schweren MG. Können wir nämlich gleich mal. Mörser unterwegs. Äh, wie machen wir das? Mörser führt Stellungswechsel aus. Feindliches MG. Oh, scheiße. Oh, 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 okay, 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 das reicht mal zu wissen. Na los, wie weit können die denn schießen? Achso. So, also, wir wollen noch mal ein Granatensperrfeuer auffragen. Wie kostet das? Gar nicht. Okay. Genosse Stalin ist da, Genosse, überprüft eure Ausrüstung. So, mit denen holen wir uns das MG hier. Das heißt, die haben jetzt ein schweres MG. Und eine Bücher. Und dann wollen wir doch mal mit den zwei Trupps hier mal hier außen rum gehen. Das so. Ich dachte schon, jetzt wenn ihr Gegner war. Die Mörser lassen wir schön weiterschießen. Oh, nicht so gut. But it's, haben sie da die fucking gestellt. Ich würde gerne einen Sniper haben. Die sind die noch? Nee. Dem Teil kann ich da nicht. Ach, wie mache ich das, Leute? Leute, wie mache ich das? Wie mache ich das? In Ordnung. Wir rücken dorthin vor. Wie mache ich das? Ich muss mich gerade ein bisschen am Nachdenken, wie ich das mache. Was machen die denn da? Sterben. Ja, sterben tu dir. Ich fühle mich wie beträumt. Okay, die sind jetzt gekommen. Wow. Meine Güte. Jetzt ist sie uns schnell. Ja, Genosse. Es sind Feldreparaturen nötig. Machen wir doch mal gucken. Ja, sehr schön. So, da hatten wir Gegner. Da haben wir noch einen Pack. Die packt da mal noch den Mörser. Bereit. Aber... Der Mörser könnte doch eigentlich auch mal hier drauf schießen. Drift die. Ja, noch ein Gegner weniger. Aber wie machen wir das? Dann würde ich mal sagen... Die Rekruten... Die gehen mal ein Stück vor. Da. Das muss zerstört werden. Dies muss zerstört werden. Ja. Das erfüllt aber seinen Zweck, würde ich mal sagen. Schützen, bereit! Ja, Genosse! Oh! Sehr gut. Genosse, wir haben Ihre Panzerabwehr ausgeschaltet. Gut gemacht, Genosse. Panzerunterstützung wird zu Ihrer Position ins Hand. Was haben wir denn? Was haben wir denn? T-34? Ah. T-34 Besatzung an Bord und bereit! So, bin jetzt wieder da. Hab gerade ein bisschen... Hab gerade gehustet oder so. Deswegen, ne? So, T-34. T-34 schießt auf uns! T-34, weg von hier! Abbrücken zum Allmisch, SMG, haben wir es gezeigt! Gut. Auf geht's weiter, Leute! An die Front. Und dann schicken wir alles mal vor. Und dann schicken wir alles mal vor. Das ist jetzt scheiße. Ja, wir kriegen einen schweren Panzer. Feuer! Wir haben Unterstützung! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Äh... Ja, die... Ah, da macht noch ein Mittler, eine SU-85. Sehr schön. Sehr schön. Ach, das ist jetzt unser Hauptquartier! Aha! Wir haben gerade mal den Medik! Jetzt ein bisschen Action hier! Scheiß schwerem Panzer! Ausgezeichnete Arbeit, Genossen! Wir haben jetzt die Kontrolle über die Straße! Wir haben Verlust! Einsatzziel erreicht! Spaß gesichert! Meine Güte! Wir haben den strikten Befehl von Marshal Conne, Festungen zu meiden und unseren Vorstoß nach Berlin fortzusetzen! Teilen Sie Ihre Streitkräfte in zwei Gruppen auf und kesseln Sie die Stadt ein! Denken Sie daran, wir müssen beide Ausgänge der Stadt kontrollieren, wenn wir die Feiglinge davon abhalten wollen, zu flüchten! Sollen wir etwas sprengen? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Deutschen unseren Plan erschauen! Nutzen Sie alle Ressourcen, die Ihnen zur Verfügung stehen, um die Ausgänge sofort zu sichern! Kaffee ist nicht übel, aber ich bevorzuge eine schöne Tasse Tee! Lang lebe unser großartiger Sohn! Stoßdrop hier! Die Unheilung der sozialistischen Sowjetrepublik! Eine Schande, dieser Sohnseker zu verlassen! Dann nochmal gerade mal unsere Leute! Dann haben wir keinen Platz zu manövrieren! Achten Sie auf Panzerschwecks! Oh, Panzerschwecks! Ja, ich spiele jetzt auch noch auf Zeit! Nicht so gut! KW-1 rückt ab! Jagdpanzer bereit zu fählen! Gut! Machen wir gerade zwei Gruppen! Ein Inji! Ein Sturmdruck! Ein Stoßdruck! Dorthin! Dorthin! Zweiter Pionier, dorthin! Dorthin! Die! Äh, wie ging das nochmal? Wie können die davon los? Stopp! Pionier, angreifen, an Kopfsmarsch! Äh, wie können die davon weg? Leute, bebetzt die Feldkanone in Bewegung! Wir sind unterwegs! Keine Ahnung! Panzerabwehr hier! Frische Rekruten sind eingetroffen! Ähm, Entschuldigung! Da, Genosse! Hier! Was können wir tun? Unterwegs! Wasser-Trupp nehmen wir auch mit! Feltkanone bereit! Leute, wir rücken ab! Wir fernern den Weg noch! Auf geht's! Auf geht's! Ihr habt ihr jemals einen Generalaufruf zeigt, dass die verdammten Panzer kommen! So, Leute, dann sagen wir einfach mal, auf geht's, Mädels! Ran an den Speck! Los geht's! Das war ja schonmal sehr früh, gegen die Kräse! Leute, MG-Stellung bitte ausstellen! Aus, schalten! Ja, sehr schön! Weiter vormarschieren! Der Feind zieht auf uns! Auf sie! Boah, rücken! Wir reiten, Fahrer, abhüllen! Wollen wir mal eine kleine Frage, hätten wir nie reich was bauen können? Nee, ich muss nicht... Sollen wir etwas sprengen? Feindlicher Torp hat uns gesicht als... Deutsche am Waldrand! Gebeln Sie uns ein Ziel! Deutsche am Waldrand! Löscht die Infanterin erledigt! Panzer! Ja, Panzer! Ja, Panzer! Aber was haben wir hier noch? Sonst nicht sehr viel... Wir werden angegriffen! Wir schützen! Anhalten! Halten hier an! Bereit! Unterwegs! Die Feuer nach uns! Sie haben... Kwarzer nachverlässchen! Vorwärts! ...Kwarzer nachverlässchen! Wir tun nichts! Zeitgeschaltet! Sehr schön! Sehr schön! So, ihr Miststöcke! Wir müssen jetzt... Wir sind zu wenig! Unterbeschuss! Unterbeschuss! Oh, schwul! Wir haben verhörst! Halte die Mitte, Genosse! Halte die Mitte! Halte die Mitte! Scheiße! Wir sind zu wenig! Scheiße da! Scheiße da! Das Scheißteil da oben, ey! Ja! Keine Töpfe! Keinen Schritt zurück, Genossen! Diebe Opfer gebracht! Los geht's, Genossen! Wir beschufen durch Infanterie! Sind Sie verrückt! Sollte doch kein Problem sein, Infanterie, oder? Da! Bereitung! Wir brauchen Befehl! Genossen! Aus! Der Fumarsch kommt! Der Fumarsch kommt ein bisschen ins Stocken! 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 Ja! Sehr gut, wenn ihr blutet! Ja, ich kann hier bauen! Aber bauen wir hier so ein... Kleines Teil! Und wir haben noch hier einen Mörser irgendwo! Soldatarser unterwegs! Sind noch nicht weit genug dran! Wir haben ein schweres MG aufnehmen! Zeit zu marschieren, Genossen! Bemannt diesen Rücken ab! Halten! Hier anhalten! Weiter Vorrücken! 19% erkannt! Keinen, der enthüllt, dort oben! Wer denn? KW-1 wird angegehren edigt! Wir stoppen! Halt, verdammt! Joaah, ähm, ähm! Ja! KW-1 Kräufer! Wir sind zum Sterben, ihr Genossen! Fokussiert den Raketenwerfer! Die können sich natürlich nicht heilen! Äh, er hat die Trotzowicht so schon gehalten! Gott, Alter. Wir haben einen feindlichen Druck getötet. Jetzt stehen uns noch mehr. Frontowiki-Rekruten einsatzbereit. Ein Präzisionsschlag bitte. Sehr gut. Jagdpanzer bereit. Weiter vorrückern. Ja Genosse, werden wir sicher. Sehr schön, sehr schön. Er erobert unser Vaterland zurück. Dieses Land gehöfte Volk. Jetzt seht ihr Beschuss auf untere Position. Ihr Genosse. 85 Millimeter auf Ziel ausgerichtet. Ihr Befehl. Sichert diese verdammte Stellung. Wir dürfen diese Territorium. Schnell mal in Deckung gehen dort hinten. Oh, sehr schön. Die schicken Verstärkung aus der Stadt. Oh, cool. Oh, scheiße. Und in Deckung.